Aufnahme starten. Kamera, seid ihr bereit, Jungs? Ruhe bitte. Zwei Ritten nach Texas, Szene 12, Take 1. Was sagt ihr zu der Menge der Zuschauer? Um ehrlich zu sein, bin ich ein wenig enttäuscht. Und dann sagten sie, überzeuge einfach Stan und Olli etwas Werbung zu machen, um die Tour wieder in Gang zu bringen. Bringt uns das mehr Geld ein? Sie sagen nein. Wer sind Sie? Menschen. Von der schlimmsten Sorte. Da wären wir. Der Eiffelturm. Wie geht's, Oliver? Leistet er seinen Beitrag? Wie geht es deinem Knie? Es tut weh. Hat er dich zu sehr unter Druck gesetzt, Babe? Nein. Du hättest schon vor langer Zeit auf Wiedersehen, Oliver, sagen können. Das ist Vergangenheit. Du trägst mir das doch nicht immer noch nach, oder? Dass ich einen Film mit jemand anderem gemacht habe. Vor 16 Jahren. Du und Harry, ihr werdet klasse zusammen sein. Ich konnte nächtelang nicht schlafen, als ich erfuhr, was du getan hast. Ich konnte nicht schlafen, als ich's getan habe. Du hast mich einfach verraten. Du hast unsere Freundschaft verraten. Ich hab uns geliebt. Du liebst nur Laurel und Hardy. Aber niemals mich. Die Ärzte sagen, dass ich mit der Tour nicht weitermachen kann. Sie sagen, mein Herz verkraftet das nicht. Er hat mich gefragt, weil es dir nicht gut geht, ob ich die Show vielleicht auch mit jemand anderem fortsetzen würde. Darf ich Ihnen Mr. Nobby Cook vorstellen? Du gehst doch nicht etwa weg, Stan. Die Show muss weitergehen. Das war wahre Magie. Brillant. Und zum Abschluss werden wir für Sie tanzen. Bist du sicher? Ich schaffe das. Ich werde uns vermissen, wenn wir aufhören. Das wirst du. Wie spät ist es denn? Halt mal. Brauchen wir diesen Koffer wirklich? Wirklich?